Nein, aber das ist doch nicht best, wenn ich sage, das ist unsere zuerst. Das steht doch schon in der Bibel drin, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Da steht nicht drin, liebe die ganze Welt wie dich selbst oder liebe alle wie dich selbst, sondern da steht drin, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wir haben meine Nächsten. Meine Nächsten sind meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister, meine Verwandtschaft, meine Freunde, Bekannte und dann können lange nichts mehr meine Namen hören. Und ich bin Politiker, bin Niederbayer. Für mich kommen als erstes Niederbayern, als zweites Bayern, als drittes Deutschland, dann nichts mehr meine Namen hören. Und da muss auch einmal Schluss sein meine Namen hören.